Hans Zischler, ein talentierter Schauspieler, führte ein Leben voller Höhen und Tiefen. In diesem Video werden wir das tragische Leben dieses bemerkenswerten Künstlers näher beleuchten. Die frühen Jahre von Hans Zischler waren geprägt von einer tiefen Liebe zur Schauspielerei. Geboren am 18. Juni 1947 in Nürnberg in Deutschland, zeigte er bereits in seiner Jugend ein außergewöhnliches Interesse an der Kunst des Schauspielens. Dieses Interesse wurde von seinen Eltern aufmerksam beobachtet und gefördert, was den Grundstein für seine spätere Karriere legte. Schon in jungen Jahren zeigte Hans Zischler bemerkenswerte schauspielerische Anlagen. Er betrat erstmals die Bühne in lokalen Theaterproduktionen und erntete für seine Auftritte Lob und Anerkennung. Seine Bühnenpräsenz und sein schauspielerisches Geschick waren bereits in der Kindheit unübersehbar. Das Theater war für Hans Zischler nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch ein Ort, an dem er sich lebendig fühlte. In den Reihen des Publikums fand er eine Verbindung zu seiner eigenen Seele. Diese frühen Erfahrungen legten den Grundstein für seine spätere Karriere und zeigten sein unbestreitbares Talent für die Schauspielkunst. Während seiner Jugendjahre entwickelte er eine tiefe Bindung zur Bühne und zur Welt des Theaters. Diese Verbindung sollte in den kommenden Jahren weiter wachsen und gedeihen, während Hans Zischler sich auf den Weg machte, um zu einem der bedeutendsten deutschen Schauspieler seiner Generation zu werden. In den 70er Jahren erlebte Hans Zischler seinen Durchbruch im deutschen Film, was einen entscheidenden Meilenstein in seiner Karriere markierte. Der junge Schauspieler hatte zuvor bereits sein außerordentliches Talent auf der Theaterbühne unter Beweis gestellt und es war nur eine Frage der Zeit, bis er die Welt des Films erobern würde. Seine erste bedeutende Rolle erhielt Hans Zischler im Jahre 1979 in Rainer Werner Fassbinders Film Die dritte Generation. Dieser Film brachte ihm die Aufmerksamkeit der Filmwelt und des Publikums und etablierte ihn als aufstrebenden Star im deutschen Kino. Die Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder sollte sich als prägend für Zischlers Karriere erweisen. Fassbinder, einer der einflussreichsten Regisseure des deutschen Kinos, erkannte das Talent von Hans Zischler und gab ihm die Möglichkeit, in mehreren seiner Filme mitzuspielen. Besonders bemerkenswert war seine Rolle in Berlin Alexanderplatz, einer mehrteiligen Fernsehserie aus dem Jahre 1980, die auf dem gleichnamigen Roman von Alfred Döbling basierte. In dieser Produktion spielte Zischler die Rolle des Franz Biberkopf und erhielt für seine Leistung lobende Kritiken. Ein weiterer Höhepunkt in seiner Zusammenarbeit mit Fassbinder war die Ehe der Maria Braun vom Jahre 1978, in dem er an der Seite von Hannah Shigula auftrat. Dieser Film wurde international anerkannt und trug maßgeblich zur Bekanntheit von Hans Zischler bei. Der Durchbruch im Film markierte den Beginn einer beeindruckenden Filmkarriere, die Hans Zischler zu einem der gefeiertsten Schauspieler in der deutschen Filmindustrie machte. Seine Arbeit mit Rainer Werner Fassbinder und anderen herausragenden Regisseuren trug dazu bei, dass sein Name in der Liste der talentiertesten Schauspieler des deutschen Kinos einen festen Platz einnahm. Trotz seines beeindruckenden Aufstiegs in der Welt des Films und der Schauspielerei war das Leben von Hans Zischler nicht frei von Tragödien. Er musste bereits in jungen Jahren mit dem Verlust geliebter Menschen umgehen, was sein Leben auf eine unerwartete und schwere Probe stellte. Eine der ersten Tragödien, die Hans Zischler erhalte, war der Verlust seiner Eltern in früher Jugend. Der Tod seiner Eltern hinterließ tiefe emotionale Narben und prägte seine Persönlichkeit nachhaltig. Der Verlust von Menschen, die ihm nahe standen, verließ seinem Leben eine gewisse Melancholie und veränderte seinen Blick auf die Welt. Es war natürlich eine Herausforderung, diese persönlichen Verluste zu verarbeiten, während er gleichzeitig in der Welt des Films und der Schauspielerei Karriere machte. Die Fähigkeit, seine eigenen Erfahrungen und Emotionen in seine schauspielerischen Darstellungen einfließen zu lassen, machte ihn zu einem noch überzeugenderen und einfühlsameren Schauspieler. Trotz dieser Tragödie in seinem Leben zeigte Hans Zischler eine bewundernswerte Stärke und Entschlossenheit, sich nicht von den schweren Schicksalsschlägen entmutigen zu lassen. Seine Arbeit am Set und auf der Bühne war geprägt von einer tiefen emotionalen Tiefe, die es ihm ermöglichte, die unterschiedlichsten Charaktere auf beeindruckende Weise darzustellen. Der Verlust geliebter Menschen mag Hans Zischlers Leben überschattet haben, aber er fand einen Weg, diese Erfahrungen in seine Kunst einfließen zu lassen und so sein Publikum auf ganz besondere Weise zu berühren. Sein Umgang mit persönlichen Tragödien zeugte von seiner bemerkenswerten Stärke und machte ihn zu einem Schauspieler von außergewöhnlicher Tiefe. Neben den persönlichen Tragödien, die Hans Zischlers Leben überschatteten, sah er sich auch mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert, die seine Karriere und sein Leben beeinflussten. Die Gesundheitsprobleme begannen in seiner Jugend und setzten sich während seiner gesamten Karriere fort. Diese Herausforderungen waren vielfältig und reichten von körperlichen Beschwerden bis hin zu psychischen Belastungen. Die genaue Natur seiner Gesundheitsprobleme wurde oft nicht öffentlich bekannt, da Zischler ein eher zurückgezogenes Leben führte. Und trotz der physischen und psychischen Belastungen, die er durchlebte, bewies Hans Zischler bemerkenswerte Entschlossenheit und Willensstärke. Er ließ sich nicht von seinen gesundheitlichen Problemen entmutigen und setzte seine Karriere in der Schauspielerei und der Literatur fort. Seine Fähigkeit, seine eigenen Erfahrungen und Kämpfe in seiner Arbeit einfließen zu lassen, verließ seinen schauspielerischen Darstellungen eine besondere Tiefe und Authentizität. Er konnte die dunklen Seiten des Lebens erkunden und sie auf der Leinwand oder Bühne in einer Weise präsentieren, die die Zuschauer zutiefst berührte. Hans Zischlers Umgang mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen zeugte von seiner bemerkenswerten Standhaftigkeit und seinem unerschütterlichen Engagement für die Kunst. Trotz der Hindernisse, die ihm in den Weg gestellt wurden, hinterließ er in der Welt des deutschen Films und der Literatur einen unauslöschlichen Eindruck und wird für sein außergewöhnliches Talent und seine Beharrlichkeit in Erinnerung bleiben. In den letzten Jahren hat Hans Zischler sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, was viele seiner Fans und Bewunderer überraschte. Dieser Rückzug war geprägt von persönlichen Gründen und gesundheitlichen Problemen, die sein Leben und seine Karriere beeinflussten. Der Rückzug aus der Öffentlichkeit war für Hans Zischler eine persönliche Entscheidung, die von Respekt vor seiner Privatsphäre und dem Wunsch nach einem ruhigeren Leben geprägt war. Er hinterließ jedoch ein beeindruckendes künstlerisches Erbe, das in den Herzen seiner Fans und der Liebhaber seiner Arbeit weiterlebt. Wenn Sie mehr über das Leben und Werk dieses außergewöhnlichen Künstlers erfahren möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier erfahren Sie mehr über Hans Zischler und andere faszinierende Persönlichkeiten, die die Welt der Kunst und Kultur bereichert haben. Abonnieren Sie jetzt und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Hans Zischler und vielen anderen inspirierenden Künstlern. Verpassen Sie keine unserer zukünftigen Geschichten und Biografien.